Wir sind hier in den Wichernwerkstätten in Landau im Bügelservice, ein ganz neu erbauter Bereich. Den Bügelservice gibt es seit fünf Jahren. Ein Angebot für Privatkunden, Gastrokunden und Industrie. Nach der Erweiterung in den letzten fünf Jahren hatten wir die Möglichkeit, vor drei Wochen hier in den Neubau zu ziehen und ab jetzt in angenehmer Atmosphäre, gut belüftet, auch unsere Kunden hier bedient. Der Kunde kommt in den Eingangsbereich. Wir haben eine hochmoderne Kasse, wo ein Kundenbeleg herauskommt und auch ein Bearbeitungsbeleg für uns. Jedes einzelne Teil, was bei uns abgegeben wird, wird etikettiert, dass es wiederfindbar ist, dem Kunden zuzuordnen ist. Und es wird mit Abholdatum dann versehen und der Kunde kann dann zu dem Zeitpunkt wiederkommen und seine Wäsche empfangen. Zum einen haben wir einen Heißmangel, wo wir sämtliche Bettwäsche und Tischdecken mangeln. Da besteht die Möglichkeit, die auch waschen zu lassen. Ansonsten bügeln wir und finishen Blusen, Hemden und T-Shirts. Wir haben hier Kriterien, dass wir sagen, ein Hemd, ein Oberhemd, eine Bluse, Oberbegleitung bekommt der Kunde innerhalb von drei Tagen. Bei der Heißmangel dauert es teilweise bis zu 14 Tagen, wobei das der Kunde uns auch verzeiht, weil das kein Artikel ist, den man direkt wieder braucht. Diese guten Rückmeldungen, die wir bisher bekommen haben von unseren Kunden, bauen uns natürlich auf, diesen Arbeitsbereich zu erweitern. Zufriedene Beschäftigte wünsche ich mir und gute Gruppenleiter. Dankeschön. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Einen froh, danke. So. Einen schönen Tag.